hey ho leute was geht wir sind wieder hier leo free kd und antonio montanaman jo leute was geht wir sind wieder da wie schon erwähnt und wir machen jetzt weiter wir müssen jetzt zum zweiten stadtteil und das befindet sich dort hinten weiter heute ist ein obwohl der eigentlich mutter ist der mutter der beste die hier liegt habe meine eltern sind drei wochen weg und jetzt eigentlich Party machen man höhe höhe Party wir müssen uns da vorne bei es Körps ist ein oder es kann es sein das ist bei ihm übers Wochenelde übernachtet Ja, das wäre mal geil, Mann, wirklich. Können wir... Die ganze Nacht frei und wir gamen die ganze Nacht und dann ganze Nacht. Warte, 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 warte. Welcome to Storchland Island. Ja, das ist jetzt eigentlich New York, also Manhattan und Brooklyn oder so. Was auch immer, Mann, ich weiß doch, ich kenne mich doch nicht von New York. Also das sollte eigentlich New York sein, das Ganze hier. Und ich finde, die haben es eigentlich ganz gut gemacht. Leider ein bisschen zu klein. Oh, der ist zu geil, Mann, mit der werde ich ficken. Im Spiel oder nicht? Nee, nee, Mann. Im Spiel kannst du doch da nicht ficken, Mann. Ja, jetzt zeige ich euch den geilen Autor. Doch, doch. Zeig's, zeig's. Ach ja, stimmt. Zeig's mal. Ja, okay, mach das. Hier, und dann ist unser... Oh, nimm diese Karre, die ist geil. Die, diese Wagen ist sehr schnell. Geh mal eine Nutte ficken, Mann, da. Ich, ich, ich zeig euch vor... Hör, Alter, hier ist doch eigentlich ein neues, äh, Auto hier. Nee, nee, geh mal eine Nutte ficken. Warte, ich geh kurz, einkommen. Nee, nee, scheißegal auf einen. Boah, scheißegal auf einen Bullen, die noch mal. Na, er ist ja gleich in die Ecke, Mann. Okay, ganz gut. Ach so, hast du gerade, äh, Radio gehört? Da ist ja gesagt worden, dass, äh, die Brücke jetzt offen ist, da wo gesperrt war. Ja, so, geh kurz in... Emulation, wir waren da schon lange nicht mehr drin und kaufen mal einfach so richtig viele Waffen hier. Ja, jetzt fahren wir wieder mal ein bisschen Waffen einkaufen, ja. Ne Uzi brauch ich, ne Pistole brauch ich eh nicht mehr. Das ist eh scheiße. Hau, wir haben da mal ein bisschen Geld raus, Mann, weil ich hab zu viel Geld, Mann, ey. Noch einmal, dann ist Schluss. Ja, jetzt hab ich mal genug Munition eigentlich. Äh, Jutz. So, jetzt zeigen wir mal, wie man eine Note fickt. Ja, du musst mal suchen und ich sage, wo man die am meisten am besten finden kann. Ja, und Leute, falls ihr das Spiel noch nie gespielt habt und jetzt hier in dem zweiten Stadtteil sind, kehrt nicht zu den Leones zurück, denn die sind mit Shotguns ausgerüstet und ein Treffer und die sind weg. Ich meine, sehr hart. Waren denn die Nutzen schon wieder? Ich weiß nicht, was ich weiß. Ich, ich bin mit Nutzen. Alter, musst du die immer anrufen, Alter. Scheißegal, finde ich eine Note. Ja, ich muss die erst mal suchen. Ha, das ist eine alte Schmammflüge. Wisst du was, wenn ich geh wieder zum ersten Stadtteil, dann krieg ich dort einer. Ja, dort gibt's zum Beispiel. Und es gibt noch einen Tunnel, weil wir das noch nicht begraben haben. Ja, dieser Tunnel ist geil, Mann. Ja, weil irgendwie zu Ende, da hat man gar keinen Platz, weißt du, zu Waren. Ja, das ist erst am dritten Land dann. Ja, und es gibt noch einen dritten Stadtteil. Und da geht's auch richtig ab. Und die Amoklauch-Mission werde ich nicht machen, denn hier beim etwa, welchen Fall war es? Ich glaube, beim sechsten oder fünften. Habt ihr gesehen, dass ich da richtig gefehlt habe? Habt ihr das gesehen? Oh, nee, das waren die 3 Jahre. Ja, ich hab doch mal gezeigt an den Leuten, dass man da auch Nutten ficken kann. Aber die wollte ich ja nicht. Und ich hab ja einfach so ein Hatchkrieg gesehen, weißt du? Die, die, die. Diese da. Die sind Nutten. Das wisst ihr auch nicht. Ach, die lügen eigentlich. Du musst, ähm, du musst huben. Nee, nee, das, die kommt alleine. Nee, nee, nee. Oben. Nee, die kommt nicht. Ich weiß nicht, man, ich weiß nicht. Nur sei, wenn man eine andere Nutze ist. Die wollte, die wollte ich auch nicht. Und hier gibt's auch echt Nutten. In diesem Quartier, wie. Hier ist doch eine Nutte, die mit roter Jacke. Jetzt kommt die Nutte. Ja, die Knie ist so ein bisschen hoch, so. Das schaut in das Fenster rein und dann steigt sie einfach mal rein. Jetzt geh mal rechts in den Wald rein. Wald. Nee, nee, nicht in den Wald. Ich kenn auch ein Konto, wo man ficken kann. Und wenn ihr wisst, also hier im Spiel, könnt ihr euer Lebensenergie erweitern. Um 21 Prozent könnt ihr es erweitern. Schaut mal, jetzt bewegt sich die Kabel. Dort oben rechts seht ihr, wie die Lebenserzeige immer höher wird. Geh mal vorne. Nee, nee, man muss immer stehen bleiben. Dann wird man ficken. Nee, 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 nee. Ich denke, schau. Man hört auch einen Ton. Ja, das macht... Und dann macht die... Nee, nee, nee. Genug gefickt, genug gebumpft, mein Schatz. Äh, äh, denkst du, du kannst mir einfach so davonrennen? Mach Trickshot, mach Trickshot. Das kann man da nicht machen. Alter, wie... Anvisieren. Wie wär's? Alter, wie... Hä? Wieso... Die GANN DA REIN, ey! Ist die behindert, oder was? Das ist meine Wohnung, du dummes Schlappel. Jetzt kannst du die reinschlappen und fängen. Ja, voll. Warte, ich reparier kurz meine Kabel. Scheißegal, also... Also, ähm... Also, warte, ich geh nur kurz, äh, speichern, eben. Weil... Mein... Mein neuer, äh, Speicherpunkt, ich zeig's euch noch mal kurz und dann mach ich mal Ende. Dann machen wir morgen, äh, so wieder weiter. Und, ja. So, ich hoffe, du verzeihst mir, lieber, dass ich hier nicht, äh, für dich nicht ein bisschen ein bisschen mehr zu langweilig wäre es hier. Geht nicht mehr lang, ich schlafe gerne. Ich glaube, es kommt hier so vor, dass ich hier jemand fies... Ich hab geruckelt, wir haben Ficken, ja? Soll ich die Telefonmission aufmachen? Bei der Telefonzelle da? Die machen wir morgen. Und unsere nächste Auftragsperson heißt Azuka. Bazuka! Ja, Bazuka! Ja, die geht auch wie eine Bazooka, ne? Bazuka, Bazuka, Tachino. Ja, voll. Ja, ich weiß ja nicht, was Tachino heißt. Das heißt Ficken, oder? Nein. Aber Albanisch? Mann, Mann, Schcau, ne? Heißt, heißt... Ich steige aus und betreten zweig an. Ja, der Manni-Boy. Ficke kurz deine Mutter sagwadab. Ey! Alter, ich hör doch nicht... Ich hör doch nicht so schwule Musik, Alter. Money Boy, hast du das gehört? Das war krass. Ey, Leo! Das ist der Diss von... Das ist der Diss von Money Boy. Ich mach mal Save-File-8. Und ich zeig euch mal, wer der Beste für mich ist, also Rapper. Ich hab nicht genug Speicher, okay. Äh, für mich ist eigentlich, äh... Flair, Bushido, Nibushido nicht. Äh, Kollegah, Farid Bang. Kennst du den Haftbefehl? Ja, der ist auch cool. Der ist auch relativ, Mann. Und, äh... Rap-Rebell. Ja. Rap-Rebell. Äh, ja, der Casey-Rebell. Äh, PA Sports. Und Far... Äh, Far... Äh... Massaker. Also Mörder. USW, Mann. Und so weiter. Ja. Jawohl. Und so weiter. Jo, ich speicher kurz mal. Und dann geht es beim nächsten Mal weiter. Also... Vergesst nicht zu... Abonnieren, kommentieren und liken. Und kastrieren. Jawohl. Und investieren. Investieren. Also... Tschö. Meddeh!